Willkommen in der Musikschule Stokerau. Mein Name ist Nikolaj Djoric und ich unterrichte Akkordeon. Wie Sie sehen, wir haben verschiedene Akkordeons in unserer Schule, in verschiedenen Größen. Wir haben kleine und große Akkordeons mit Tasten oder mit Knöpfen. Und es ist interessant zu wissen, dass die Kinder schon sehr früh beginnen können, das Akkordeon zu lernen, sogar mit fünf Jahren. Und so klingt ein Akkordeon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017